Intro 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 Moin Leute, willkommen bei explaingame Hier eine Runde live globaler mit mir Marvin Wir spielen Call of Duty Black Ops 3 hier auf der Map Keine Ahnung was Hunted oder so ähnlich So, mal gucken, was wir hier für einen geilen Boys in unserem Team haben Ja Einmal eine Sense, dann im Sturm Keine Ahnung, wenn Affen sind, ist mir völlig wurscht Kann mir überhaupt nicht aussehen, ich habe das Spiel so gut wie noch gar nicht gespielt, mal sehen, was wir so hier überhaupt hingeschissen kriegen Und ja, mal sehen Mann, das ist aber scheitzlanger Ladebalk, ne Der hat aber die Hälfte verkürzen können Das sieht ja wieder ziemlich Interessant aus mit dem Team So, mal egal, wir spielen die Waffe hier einfach mal So, und eins Und los geht's Oh man, das sieht ja voll buschig aus hier und grün und so Gucken, rennen wir am besten lang Der hat ein paar tolle Prügel in der Hand Mal gucken Da kommt keiner, hier kommt keiner Die rennen ja alle lang, dann wird hier richtig sein Mal gucken, was hier so abgeht Ziemlich krasse Scheiße hier, muss ich sagen Tolles Wasser vor allen Dingen Oh, da ballert schon einer Der meins ernst, der Junge Die haben nichts zu lachen, der ballert alles weg Wo war denn das? Vorne irgendwo Der ist immer noch da Da ist noch einer Und wir haben nur einen erwischt, geile Scheiße Ach Ich hab das Spiel schon ein paar Mal ang Angespielt Wer schießt denn hier auf mich? Der Spass Was ist mit dem los, ey? Der hat einen Schafschutz zu her geballert von hinten, alter Der hat ja gar nichts getroffen Wäre mir ganz schön peinlich Oh, wir haben nicht mal eine Granate dabei Alles egal Er ist tot, ich auch gleich Auf damit Oh, das Treffen können wir auch nicht Ich hab das Spiel schon Mal auf PC auch mal angespielt Und mal so geguckt, wie das so ist Vielleicht ist das ja Aber für mich hab ich so gedacht, ne? Aber, naja, war nicht so meins, ne? Also, auf PC Da hab ich mir fast die Finger gebrochen, also Da wurde mir ganz schön schlecht, wo ich das mal angespielt hab Da sind auch so viele Leute wie der eben, der da so in der Ecke ein bisschen rumhängt Ja, die wollen auch mal ein bisschen gucken, was so in der Ecke ist und so, ne? Mal gucken, was da so abgeht Ich mein, jetzt auch mal schön so ein bisschen, ne? Guck mal, hier kann man baden gehen Hier kann man echt alles in dem Spiel Das Spiel haben sie so super gemacht Und der hat uns weggeballert Geile Scheiße, ne? Oh, von hinten kommt, glaub ich, einer Sehe ich zumindest auf der Map Oh mein Gott, der ist da da oben Ey, die rennen ja alle da rein Oh mein Gott, der stirbt Ich hab ihn Was macht der denn da an der Ecke? Ein bisschen Pause machen? Ja, hart gerackt hier, wa? Hab ich War der jetzt tot oder lebt der noch? Ist der noch tot oder lebt der schon? Fuck Aber einen Hitmark haben wir noch bekommen, naja Uh, der ballert uns aber weg Da war gar nichts zu lachen Da ist er wieder Abgeballert Na, auf jeden Fall hab ich auf PC mal angespielt, um zu gucken, weil ist ja auch ganz geil Weil da ist ja die Grafik so cool und so Aber Auf PC, ach ne, dann wie gesagt, also Da geht die Party ja richtig ab Also da hab ich ja gar nichts hinbekommen und so Und irgendwie Also dann, nachdem ich erstmal eine Runde gespielt hab, ne? Da musste ich sowieso erstmal zum Onkel Doktor, weil ich hab mir Erstmal mein Handgelenk um drei Stellen gebrochen Weil ich mit der Maus irgendwie so ein 360 machen wollte Und dann, äh, so ein bisschen rumgezwibbelt, ne? Und dann, wie man das so kennt, und dann voll in den Arm gebrochen und so, ne? So, mal gucken Uh, da rennt einer im Busch rum Zwei Zwei haben wir schon mal Äh, einen haben wir schon mal Der ballert hier rum, hier wird nicht rumgeballert So, geh mal deine Waffe rein Dankeschön Mal gucken, wie die ist ja eigentlich noch nie gespielt, die Waffe Die find ich richtig geil, glaub ich Oh, wir haben eine Drohne oder so ein Scheiß Da haben wir noch was Cool, alter, was gibt's hier als Gipfel denn einen Scheiß, ne? Warum es das in anderen Spielen nicht gibt, verstehe ich nicht Oh, was haben wir denn hier für ein Ding? Was ist das denn für ein Teil? Mal gucken, ne? Luftschlag? Kann Luftschlag sein, ne? Das ist auch eine geile Scheiße Oh! Da leckt der einen, du? Was ist da los? Krasse Sache Naja, auf jeden Fall Haben wir auf jeden Fall überall mal angetestet Auf PS3 hab ich das ganze Spiel auch schon mal angetestet Macht auch, äh, ja weniger Spaß Ist nicht so meins, sagen wir es mal so Weiß nicht, wer das von euch mal einer auf der PS3 angespielt hat Ist auf jeden Fall nicht so, äh, prickelnd das Spiel auf PS3 Da ist so ein bisschen, bisschen laggy Ich weiß nicht woran das liegt, keine Ahnung Vielleicht ist meine Kiste auch zu alt oder so Auf jeden Fall ein paar Affen haben wir auch schon weggeballert hier, ne? Die hier so ein bisschen in der Map umher crouchen wollen Auf jeden Fall PS3 und PC haben wir gar nicht geschmeckt Also das ist gar nicht toll Also hier so auf der Xbox macht das Spiel ganz echt Ganz doll Spaß so ein bisschen, ne? Ein bisschen eben Gerade hier so was, ne? So hier so ein paar Boys wegballern und so, ne? So wie den Und den so ein bisschen Uh, wo kommt der denn her? Geile Scheiße Achso, ich hab ihn mit seiner Waffe ab... Ah, der wollte sie ein bisschen rächen, den mach ich ja nicht Ich glaub, das kann er gar nicht ab, wenn ich mit seiner Waffe abschieße oder so Naja, ich mag das auch nicht, wenn ich mit meiner Waffe abschieße Bedrohung neutralisieren Alter, der ballert ja alles weg hier vorne Techniker erledigt Techniker erledigt, aha Junge, die kommen ja alle wie die wilden Affen Alter, die ballern ja alles weg, die Jungs hier So wie der Alle so ne ballerwütigen Friends hier Oh, was macht der denn hier, der Boy? Der auch hier Noch so ein, noch so ein rumstander hier Die standen hier alle ein bisschen, ne? Mann, hau ab jetzt, du Affe Mir dauernd hier im Weg um hier stehen, man kann ja gar nicht ab Was macht der da? Was sind das denn für ne ollen Typen da? Wieso sind das so viele? Aber er ist tot Oh Oh Was war das? Ne Flinte, geile Sache Die muss ich auch mal ausprobieren nächste Runde Wo ist er? Wo ist er denn? Da ist er doch Du musst jetzt mal sehen, ey Die siehst du ja gar nicht im Busch, ey Da siehst du ja gar nicht durch hier Das Spiel ist ja richtig krass, Alter Ihr könnt sich ja überall Oh, bis Ende Und wir haben sogar gewonnen Jetzt schon? Oh, der hat den letzten Weg geballert Alter Hat der denn weggeballert, der hat da gar nichts zu lachen gehabt Doch, der ist tot Schade Ich dachte, das geht ja auch bis 100 So wie in den Wandswarfare, aber leider nicht Naja Egal Würde ich sagen, dead wars Wir haben mal ein klein wenig was weggeballert Auch wenn wir es nicht so wirklich auskennen hier Aber egal Könnt ihr mal sagen, wie euch das Spiel so gefällt Und ja, wie gesagt Habt noch nicht so wirklich viel gespielt Und ja, bis zum nächsten Mal Tschüss